Für die Entwicklung der Fähigkeiten und den Erwerb der Fertigkeiten zum sprachlichen Handeln sind organische, also Hörfähigkeit und der periphere Sprechapparat, bestehend aus Zähnen, Zungen, Gehlkopf und so weiter, also organische, neurologische, psychische und soziale Bedingungen gleichermaßen notwendig. Basale, kognitive Entwicklungsschritte bilden einen Teil der Voraussetzung. Es sind Bewusstsein von der Welt, über die gesprochen wird, Wissen von der Perspektive, Sichtweise des Anderen, aber auch ein inneres Motiv, eine Absicht notwendig, um mit einem und für einen anderen Sprache zu benutzen. Also handelnd, um beim Anderen auch etwas zu erreichen und den Anderen damit auch zu verändern. Ebenso sind soziale Bedingungen erforderlich, nämlich ein gemeinsamer Gegenstand oder ein Thema, über das gesprochen wird, sowie ein gemeinsames Medium der Kommunikation, also ein verbindliches, einheitliches Zeichensystem, zum Beispiel Deutsch oder auch Gebärdensprache, das trotz aller Varietäten, Dialekte und Soziolekte benutzt werden kann. Das Feld der anatomischen und organischen Bedingungen des Spracherwerbs, des Sprachgebrauches und der Lautbildung im Speziellen, das ist sehr detailliert und wird im medizinischen Fach der Hals, Nasen, Ohren, Kunde, der Phoniatrie und Logopädie vertieft. In der Praxis sind es dann oft Logopädinnen und Logopäden und die Sprachtherapie, die mithilfe störungsspezifischer Techniken und funktioneller Methoden, Trainingsmethoden und Übungen, zum Beispiel Muskelfunktionen der Sprechwerkzeuge anbahnen, zum Beispiel nach der operativen Schließung von Lippenkiefer-Gaumenspalten oder sprachliche Fähigkeiten und Sprechfertigkeiten wiederherstellen, die zum Beispiel nach Gehirnverletzungen auftreten können. Organische Bedingungen und Muskelfunktionen im Mundbereich, das nennt man das orofasziale System, die bestimmen die artikulatorischen Fähigkeiten des Kindes im Spracherwerbe. Aufwendigkeiten müssen von der Logopädie klinisch-diagnostisch abgeklärt werden. Im inklusiven Unterricht können pädagogische Sprachexpertinnen und Experten diese klinischen Diagnosen für den Unterricht brauchbar machen und Lehrkräfte im Bereich der Grundschule, der Volksschule über diese Aspekte informieren, um sprachliche und kommunikative Anforderungen entsprechend anzupassen. Wer mehr über diese neurologischen und anatomischen Bedingungen erfahren möchte, wer mehr über den Aufbau des Sprechapparates, des Artikulationsapparates erfahren möchte, kann dies nachlesen und sich in Grafiken anschauen im Online-Material 1, das kostenlos und frei heruntergeladen werden kann auf der Webseite des Reinhardt-Verlages, in dem das Buch erschienen ist, auf das sich hier in dieser E-Lecture bezogen wird, muss man 2020 inklusive Sprachförderung in der Grundschule. Neben der außerschulischen und nebenschulischen Sprachtherapie und Logopädie ist es auch möglich, den Unterricht mit seinen Medien und Anforderungen als einen Kontext, als ein Setting für sprachliche Entwicklungsförderung zu nutzen. Der Unterricht kann planvoll und zielgerichtet unmittelbar soziale Bedingungen und kognitive Anforderungen schaffen, die die weitere sprachlich-kommunikative Entwicklung der Schülerinnen und Schüler fördert und Kinder mit sprachlichen Entwicklungsbeeinträchtigungen direkt und auch indirekt unterstützt. Dazu sind allerdings Kenntnisse über die entwicklungsförderlichen Bedingungen der Lernprozesse des Erst- und Zweitspracherwerbs erforderlich. Es gibt dafür unterschiedliche Handlungskategorien, die sich unterscheiden lassen in den Bereichen der Spracherziehung, der sprachlichen Bildung, der spezifischen Sprachförderung und eben der Sprachtherapie bzw. Logopädie. Auf diese Handlungsformen und Handlungskategorien wird in separaten E-Lectures eingegangen. Als Spracherziehung wird verstanden das bewusste spracherzieherische Handeln von Pädagogen und Pädagogen, aber auch den Eltern. Und dies umfasst zum einen die Gestaltung einer Umgebung, die Kinder zum Sprechen und Nachdenken über Sprache anregt. Zum anderen wird der Dialog mit dem Kind ganz bewusst gestaltet, also auch zu verstehen, ist eine Form des sprachbewussten Unterrichts. Sprachliche Bildung hingegen, bei sprachlichen Bildungsangeboten, rücken der Gebrauch der Sprachstrukturen und der Sprachfunktionen in den Mittelpunkt. Sprache wird also auch zum Gegenstand, die in der Unterrichtskommunikation in verschiedenen Fächern erforderlich wird. Dieses im Unterricht verwendete Sprachregister, Varietät wird das auch genannt, das Bildungssprache genannt wird, unterscheidet sich von der Alltagssprache dadurch, dass sich die Inhalte oft nicht auf den unmittelbaren, gemeinsam erlebten Kontext beziehen, also durch räumliche Distanz geprägt ist und dass es Fachbegriffe und oft auch einen komplexen Satzbau enthält. Spezifische Sprachförderung und Sprachtherapie und Logopädie sind schließlich dadurch gekennzeichnet, dass sie direkt adressiert und direkt gestaltet werden für Schülerinnen und Schüler mit erworbenen oder entwicklungsbedingten Sprachbeeinträchtigungen und auch umgesetzt werden durch pädagogische oder therapeutische Sprachexpertinnen und Experten. Auf diese einzelnen Handlungsformen, Handlungskategorien wird, wie gesagt, in separaten E-Lectures noch einmal eingegangen. Mit der richtigen Gestaltung der Planungsfaktoren eines Unterrichts können dann also entwicklungsförderliche Bedingungen geschaffen werden. Diese Planungsfaktoren sind beispielsweise die Medien, die Sozialform, auch die Lehrkraftsprache, also die Planungsfaktoren, die berücksichtigen, wer mit wem, wann, was, wie, womit, warum und wo eigentlich im Unterricht macht. Also Lehrer-Schüler-Interaktion, Arbeits- und Sozialform, die Gestaltung der Unterrichtsphasen an sich, die Auswahl der Unterrichtsinhalte, die Entscheidung über Unterrichtsmethoden, der Einsatz von Unterrichtsmedien, die Bestimmung und Begründung von Unterrichtszielen und die Gestaltung des Lernsettings im Klassenraum, also wo sind dann solche Planungsfaktoren, die entwicklungsfördernd gestaltet werden können. Dadurch werden Möglichkeiten der spezifischen Sprachförderung mit und durch Medien, Unterrichtsthemen, Aufgaben und eben Sozial- und Arbeitsform und der Lehrkraftsprache im Unterricht möglich. Exklusive, separate Sprachheilstunden, Sprachheilzimmer in einer Schule oder dafür ausgewiesene Sprachheilschulen oder Sprachheilstunden sind dafür nicht erforderlich. Was im Unterricht durch diese Gestaltung der Planungsfaktoren möglich wird, ist das, was man einen inszenierten Spracherwerb im Klassenzimmer nennen kann und um was es sich bei diesem inszenierten Spracherwerb handelt. Darum soll es im weiteren Verlauf dieser Lecture gehen. Bei der Klärung der Frage, wie das Kind zur Sprache kommt und wie wir ein Kind unterstützen können bei Verzögerung des Erwerbs, werden häufig unterschiedliche Begriffe benutzt, um diesen Vorgang zu umschreiben. Die Begriffe Sprachentwicklung, Sprachlernprozesse oder Spracherwerb werden mal gleichgesetzt, mal werden damit unterschiedliche theoretische Ansätze verbunden, die das Verhältnis von biologisch-genetischer Ausstattung, Veranlagung und sozialer Umwelt und Erfahrung unterschiedlich gewichten. Mit dem Begriff der Sprachentwicklung wird die Auffassung verbunden, dass sich die sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten ähnlich wie das Nervensystem auf der Grundlage eines vorbestimmten genetischen Programms entfalten und eine pädagogische Förderung dafür allenfalls entwicklungsförderliche Bedingungen schaffen kann, aber nicht direkt Einfluss nehmen kann. Der Begriff des Spracherwerbes dagegen betont die Rolle der sozialen und sprachlichen Umwelt, in der das Kind durch das dargebotene und auch pädagogisch gestaltete Sprachangebot Erfahrungen macht und in der aktiven Auseinandersetzung mit sprachlichen und kommunikativen Anforderungen wie Diskussionen, wie Erzählungen, wie Gespräche die Fertigkeit erwirbt, die Muttersprache zu sprechen. Die Bezeichnung Sprachlernprozess verdeutlicht, dass dieser Vorgang anderen zu lernenden Fertigkeiten gleicht. Das Kind eignet sich die Sprache gleichsam an wie andere soziokulturelle Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Lesen und Schreiben und Rechnen. Die Positionen, die den sprachlichen Entwicklungsprozess als Entfaltung grundsätzlich angeborener Fähigkeiten und Fertigkeiten auffassen, wird in der Literatur häufig als nativistischer Ansatz zusammengefasst. Diese Inside-Out-Theorien basieren auf dem Argument der sogenannten Input-Armut, dem sogenannten Poverty-of-Stimulus-Argument, das davon ausgeht, dass die sprachlichen Informationen, die einem Kleinkind zugänglich sind, an sich eigentlich qualitativ und quantitativ nicht ausreichen, um die relativ schnelle Entwicklung sprachlicher, insbesondere grammatischer, Fähigkeiten zu erklären. Der wohl bekannteste Vertreter dieser Auffassung ist der Linguist Noam Chomsky. Er hat auf dieser Grundlage dieses Poverty-of-Stimulus-Argument das Modell des Language Acquisition Device, kurz LAD, entwickelt, das ein erblich bedingtes Vorwissen, Proto-Wissen sprachlicher Universalien, voraussetzt. Bei diesen nativistischen Positionen kommt dem Input, also der dargebotenen Sprache, lediglich die Rolle des Auslösers, des Twiggers zu, der die biologisch vorbestimmte Entwicklung grammatischer Fähigkeiten von innen nach außen zur Entfaltung bringt. Chomsky sagt, die Sprachentwicklung ist something that happens to you. Learning language is something like undergoing puberty. Das passiert einem Menschen so, wie es auch nicht zu verhindern ist und sich entwickelt, wie beispielsweise die Pubertät. Während innerhalb der nativistischen Positionen der Spracherwerbsmechanismus, wie er bei Chomsky als Language Acquisition Device bezeichnet wird, als getrennt von kognitiven, also Denkprozessen verstanden wird und der soziale Aspekt lediglich reduziert wird auf einen Auslöser, auf den Trigger, ist im Rahmen der kognitionsorientierten und interaktionistischen Modelle der Spracherwerbsprozess und der Spracherwerbsmechanismus eingebettet in die Denkentwicklung und auch eingebettet in ganz relevante und wirksame soziale Prozesse. Deshalb betonen gegenüber den nativistischen Positionen interaktionale und auch einige kognitionsorientierte Ansätze als sogenannte Outside-In-Theorien die Bedeutung der sozialen Lern- und Entwicklungsbedingungen für den Spracherwerbsprozess sowie die unmittelbare Anbindung an die individuelle kognitive Entwicklung des Kindes. Aus kognitiver Sicht wird der Sprachlernprozess in enger Wechselwirkung mit den Denkprozessen und der Denkentwicklung betrachtet. Einer der bekanntesten Kognitionspsychologen, Piaget, der ging davon aus, dass, wie er schreibt, das Denken dem Sprechen vorausgeht und dass diese sich darauf beschränkt, es tiefgreifend umzugestalten, indem es ihm hilft, seine Gleichgewichtsform durch bessere Schematisierung und mobilere Abstraktionen zu erreichen. Dieses Gleichgewicht finden in der sozialen Interaktion kann verstanden werden als ein Wechselwirkungsprozess von, wie Piaget sagt, Assimilation und Akkommodation, also ein wechselseitiger Anpassungs- und Veränderungsprozess zwischen sprachlernendem Kind und sprachdarbietender Umwelt. Das Kind orientiert sich an den sprachlichen Anforderungen, an den symbolischen Abstraktionen, versucht diese zu verstehen und anzuwenden. Die Umwelt wiederum, das heißt die sprachanbietenden und die sprachdarbietenden Bezugspersonen, orientieren sich intuitiv an dem Entwicklungsstand des Kindes, vereinfachen, verändern, passen an den Wortschatz, den Satzbau und die Sprechgestaltung, an die unterstellten Verstehensfertigkeiten des Kindes. Die dafür erforderlichen kognitiven Leistungen sind die Symbolisierungs- und die Dezentrierungsfähigkeiten, also die Fähigkeiten des Kindes in die Einsicht, dass etwas für etwas anderes stehen kann, also die Symbolisierungsfähigkeit im Spiel beispielsweise ausgedrückt und beobachtbar, in dem Symbolspiel, wenn das Kind also einen Bauklotz als Auto benutzt, das ist eine Symbolisierungsfähigkeit als grundlegende basale Vorläuferfähigkeit im Sprachlernprozess, also der Einsicht, dass etwas wie ein sprachliches Zeichen für etwas anderes stehen kann, nämlich eine sprachliche Bedeutung. Daneben ist die Dezentrierungsfähigkeit, eine ganz wesentliche basale Vorläuferfähigkeit und kognitive Leistung für den Sprachlernprozess, also die Fähigkeit, die eigene gleichsam egozentrische Perspektive zu wechseln und die Perspektive des Gesprächspartners empathisch und kognitiv nachvollziehen, verstehen zu können, um sich dementsprechend im Rahmen dieses von Piaget beschriebenen Akkommodations- und Assimilationsprozesses in der sozialen Interaktion an die Erwartungen, an die Wünsche, an die Verstehensfähigkeiten des Gesprächspartners anzupassen. Während die kognitive Perspektive bei der Herausbildung innerer geistiger Prozesse als Voraussetzung für das Sprachlernen primär die Erfahrung mit der sozialen und gegenständlichen Umwelt des Kindes betont, spielen bei der interaktionalen Sichtweise die nächsten Bezugspersonen des Kindes eine entscheidende Rolle. Im Rahmen dieser Outside, in Theorien, Outside, in Annahmen wird die Lern- und Entgebungsbedingungen eben durch diese Bezugspersonen in wiederkehrenden sozialen Interaktionen, in Formaten relevant. Dabei ist aber das sprachliche Angebot, was in diesen wiederkehrenden sozialen Interaktionsformaten dargeboten wird, muss spezifisch sein. Der Spracheirwerbsforscher Hoff spricht hier von Environmental Specificity. Und diese spezifischen Umweltbedingungen, diese sprachspezifischen Umweltbedingungen, die erfolgen über indirekte und korrigierende Rückkopplungsstrategien der Bezugspersonen. Auf diese Strategien gehe ich jetzt im Folgenden genauer ein. Im Rahmen dieser Outside, in Annahmen versuchen also die interaktionistischen Modelle bei dem theoretischen Versuch zu erklären, wie der Mensch, wie das Kind, sprachliche Handlungsfähigkeit erwirbt, fragt danach, wer sagt etwas wo und warum und zu wem. Indem also die Bezugspersonen sich sprachlich dem kindlichen Entwicklungsstand anpassen, anpassen, aber dennoch immer ein bisschen auf einem höheren und damit auch für das Kind herausfordernden Niveau bewegen. Man nennt das die Zone der nächsten Entwicklung. Wird das Kind angeregt, sich auf den nächsten Entwicklungsschritt hinzuzubewegen? Ausgangspunkt des interaktionistischen Erklärungsmodells des Spracherwerbs sind soziale, kognitive und motivationale Fähigkeiten, die dem Spracherwerb vorauslaufen. Sie führen das Kind zu globalen, absichtsvollen und verbalen Äußerungen, auf die die Bezugspersonen dann reagieren und die dann im interaktiven Zusammenspiel sich ausdifferenzieren, entwickeln, erprobt werden und dann auch übernommen werden. Das elterliche Rückmeldeverhalten wird meist dem sprachlichen Entwicklungsniveau des Kindes angepasst durch eine intuitive Reaktionsbereitschaft dieser Eltern. Elterliches Rückmeldeverhalten zeigt sich im Blickverhalten einer ausgeprägten, responsiven Mimik und einer besonderen Bereitschaft im sehr frühen Alter auf die vokalen Signale des Säuglings. Jérôme Bruner war ein Psychologe, der sich intensiv mit der Spracherwerbsforschung beschäftigt hat und dabei die Relevanz, die Bedeutung dieser Interaktionalen, dieser Interaktionsformate, dieser sozialen Interaktionssituation untersucht hat. Und die von Bruner durchgeführten Untersuchungen zur Eltern-Kind-Kommunikation, die haben gezeigt, dass die Bezugspersonen ein kommunikatives Unterstützungssystem aufbauen. Das nannte er das Language Acquisition Support System, abgekürzt LASS, also ein Spracherwerbsmechanismus, ein sozialer Spracherwerbsmechanismus, der sich widerspiegelt, der sich zeigt in diesen wiederkehrenden sozialen Interaktionsformaten. Und dieses System, das bauen Sie intuitiv auf, indem bestimmte elterliche Äußerungen in regelmäßigen Interaktionsmustern, er nennt die Formate, wiederkehren. Zum Beispiel sehr früh das gemeinsame Kuscheln, das gemeinsame Essen, das Spielen. Und diese Formate, die haben eine bestimmte soziale Regulationsfunktion, zum Beispiel das Trösten, Erklären, das Beschreiben. Das elterliche Rückmeldeverhalten innerhalb dieser Formate, die wiederum die Funktion des sogenannten Language Acquisition Support Systems haben, finden zwei Prozesse statt, die für die erwerbstheoretische Erklärung und für die erwerbstheoretische Begründung von alltagsorientierten, natürlichen Sprachfördermaßnahmen, die auch im Unterricht einsetzbar sind, relevant sind. Das ist einmal das sogenannte, Bruno nannte das, das Feintuning. Das sind kleine Anpassungsprozesse, sprachliche Anpassungsprozesse zwischen den Bezugspersonen und dem Kind selbst im Dialog und das sogenannte Scaffolding, aus dem Englischen das Gerüst, das Gerüstbauen. Das sind zum Beispiel Situationen, denen dem Kind Satzanfänge angeboten werden oder geschlossene Fragen formuliert werden, um dem Kind eine sprachliche Antwort, eine sprachliche Rückmeldung zu erleichtern. Wie zum Beispiel eine Frage wie, schau mal hier. Durch die Regelmäßigkeit dieser sozialen Interaktionsformate und die emotionale Bedeutung für Kind und Bezugsperson werden dann nach und nach einzelne sprachliche Strukturen, Wörter, Wortveränderungen im Satz, der Satzaufbau vom Kind erkannt, imitiert, erprobt und dann schließlich auch im Dialog zielgerichtet und absichtsvoll verwendet und weiterentwickelt, intuitiv weiterentwickelt. Dabei geben die Eltern bestärkende, erweiternde und korrigierende Rückmeldungen, die sich an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes anpassen. Dieses Phänomen, dieses angepassten, elterlichen, sprachlich erweitenden und indirekt korrigierenden Rückmeldeverhaltens, dies wird als Ausgangspunkt für spezifische Interventionsstrategien in der Sprachförderung und außerschulisch auch in der Sprachtherapie als sogenannter inszenierter Spracherwerb herangezogen. Auf diesem Phänomen, dieser sprachlichen Interaktion und dieses angepassten elterlichen Rückmeldeverhaltens basieren dann ganz konkrete Methoden und Techniken des Mikroska-Foldings, des Makroska-Foldings, der Modellierungstechniken und auch des kognitiven Modellierens. Die Beschreibung dieser Methoden und Techniken sind dann Gegenstand in weiteren separaten, kurzen E-Lectures und Tutorien. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.